Herzlich Willkommen in diesem Video, werden wir etwas pushen. Let's go. Schreibt mal gerne mal, wie ihr meinen neuen Skin findet, habe ich gezogen. Ja, genau. Let's go. Also, ich versuche mich erstmal hier so ein bisschen an ihm zu halten. Scheiße, das war so dumm. Aber ich habe ihn. Weil ich kann das Ding jetzt nicht holen. Weil sonst falle ich ja direkt auf. Er zieht mich nicht. Zack. So. Erstmal natürlich campen. Nein, bitte. Mir ist keiner. Komm. Es sind nur vier da. Was ist? Gibt es hier noch einen anderen Leon? Meines Erachtens den Daryl. Ich zeige mich jetzt. Und jetzt gehe ich weg. Am besten hierhin. Na, jetzt wird er gleich mit voller Karacho da drauf gehen. Hoffe ich. Komm. Nicht nur ich zeigen sie. Komm doch. Da ist der andere Leon. Scheiße. Der hat auf jeden Fall, äh, mehr Cubes als ich. Genau. Und, hey, wo ist denn der? Ja. So, ähm. So, bam, 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 bam. Hau mal. Ja, das ist ungewiesen. Da rein. Er ist auf jeden Fall ein, äh, sehr starker Brawler. Aber, ja. Natürlich auch sehr schwer mit ihm zu spielen. Ich hatte ihn mal auf 850. Dann habe ich es verloren. Ich meine, auf 850. Dann habe ich wieder verloren und verloren. Und, ja. Genau. Bam. Da habe ich einen Hit. Ja, einen Hit habe ich. Bam, 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 bam. Hit, one hit. Er ist one hit, Digga. Oder one shot. Ey, ehrlich, Digga. Ah, gut. Okay. Wenn die gut spielen, vielleicht würden die ja dann nochmal spielen. Weil ich gut bin. Hoffe ich. Wenn ihr gerne mal mit mir spielen wollt, schreibt jetzt eure Idee unten rein. Dann seid ihr mit ein bisschen Glück im nächsten Video. Dabei. Bam. Hab. T-Stat. Bam, 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 bam. Der hat ein paar hundert Leben. Easy. Natürlich erstmal Mr. P-Skin. Dann sage ich natürlich, ja, spielt doch gerne ein bisschen. Mal gucken, ob sie mit mir spielen wollen. Boko, ja, auf jeden Fall sehr stark. Jetzt muss noch Pipa ja sagen. Und eins sagt nein, nein. Egal. Es geht weiter. Let's go. Let's go. Wie immer, sind in der Endcard verlinkt. Also ganz am Ende von Videos werden sie euch dann vorgeschlagen. Ja. Bam. Und ja, was will ich da machen? Gut, ich kann nicht. So. Einmal der Ventilator auf. Stufe 1. Ich hoffe, das stört euch nicht. Auch die YouTuber ist das heiß. Okay, das war so klar, dass wir das verlieren. Aber egal. Auf jeden Fall, ich hab mal vor, alle zwei bis drei Tage ein Video zu machen. Also schreibt mir gerne mal, was ihr von der Idee haltet. Und ja. Wie gesagt, schaut mehr Videos. Ich brauch mehr Watchtap. So. Oh Mann, nein. Geh doch weg von mir, du komischer. Affe. Ja, Mann. Nein, nein, nein. Nein, geht doch nicht zu mir, Digga. Nein. Unser Leistungsträger, der Poco, Digga. Hat alles geholt. Letzte Runde. Jetzt. Gar nix. Nein. Okay, wenigstens nicht. Bin nicht so schlimm. Weil er halt mich nicht one-shottet. Komm. Jetzt gib mir ein bisschen Rückendeckung. Ey. Das können wir wirklich holen. Digga. Das können wir holen. Ja. Boom. Easy. In go. Genau. Geh weg von mir, Digga. Du bist so blöd. Wenn du das hast, dann renn weg von mir. Hm. So. Hier. Erstmal. Wir werden jetzt hier gleich den Zugriff live auf Kamera starten. Jetzt geh weg. Geht weg. Das ist doch wie ein Kreislauf. Ey. Genau deswegen hasse ich Bill. Wer ich sie hab, können wir auch gleich noch eine Runde spielen. Aber ich befürchte, ich hab sie nicht. Komm. Nein. Ich bin tot. Der ist echt so blöd von dir. Anstatt einfach mal wegzurennen. Egal. Man gewinnt eh nicht jede Runde, leider. Komm. Ich würde sagen, wenn sie ihn holen würden nur. Ja, okay. Das war's. Das war's komplett, Digga. Jetzt noch der anderen. Quasi in die Arme springen, Digga. Mann. Egal. Lass mal ehrlich. Ich will nicht mit dir spielen. Aber ein Pokal wenigstens. Mal gucken, ob wir wieder auf 932 kommen. Genau. Auf jeden Fall mein Ziel für die Woche noch. Die 20.000 Vokale. Die sollten auch wirklich drin sein. Die sollten easy machbar sein. Würde mich auf jeden Fall auch freuen. Über einen Like. Und vielleicht noch einen Kommentar über eine Bewertung. Weil die zeigt mir dann, dass ihr einen Kommentar geschrieben habt. Genau. Ey, komm. Mit 1.000 Leben kann er uns doch nicht hinterwischen. Jetzt werden die Experten von euch sagen, natürlich kann er das, siehst du doch. Ja. Dann. Ne, ihr wisst dann wahrscheinlich, dass es einfach, äh, nicht ganz so ernst gemeint war. Bam. Okay, schaust du. 500 Leben. 500er. Zack, 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 zack. Ach man, Digga. Das kannst du keinem erzählen. Jetzt wieder die Experten unter euch. Natürlich kann man das erzählen. So, und jetzt ist er. Jetzt hat er verloren. Das kannst du jedem erzählen, dass ich hier gewonnen habe. Und mir immer viel will. Genau. So. Gehen wir mit erstes mal Ulti rein. Mal gucken. Was mir mein Roboterfreund hier so anbieten kann. Heute im Angebot Roboter. Ich bin tot und Leon mit 600 Leben vielleicht auch gleich. Ja. Ich bin mal ruhig. Wie hat er mich geholt? Jetzt mal ehrlich. Wie hat er mich gerade geholt? Der eine ist quasi tot, Digga. Aber irgendwie nicht, weil er es nicht ist. Versteht ihr es? Digga. Ey, 4000. Der muss doch hacken. Wieder verloren. Der spielt jetzt nicht mehr. Wenn mal einer mit mir pushen möchte, sehr gerne schreiben. Und sag mal, welchen Skin findet ihr geiler von den beiden? Ich finde ich mit anderen ein bisschen geiler. Aber trotzdem. Komm, wir gehen mal in Solo dahin. Was eine extrem dumme Idee ist. Aber ich mache es trotzdem. Ich mache es trotzdem. So. Komm. An alle Leute. Jetzt bekommt der Ringer dich auf die Fresse. Scheiße. Scheiße. Nein, ich habe ein falsches Getschit. Da ist eine Shelly drin. Hallo? Ey, dir jetzt wenigstens mein Getschit könnte ich wenigstens abhauen. Da hinten, Leute, ist eine Shelly drin. Und die hat mich halt dann... Die muss mich nur ein, zwei Mal treffen. Hat ihre Ulti. Deswegen warte ich hier. Da habe ich alles gut im Griff. Oh, da hat sich Shelly gezeigt. Nicht. Nur nicht ich. Bitte nicht. 2000 Leben, Digga. Soll ich die holen? Okay. Digga, nee, ich hole nicht. Scheiße, man hat mich gesehen. Scheiße, weg hier, Digga. Bitte, nein. Das war so blöd. Lass mich in Ruhe. Ich glaube, er gibt auf. Okay, was will er denn machen gegen mich? Nur fünf Brawler. Noch einer muss. Und dann mache ich Plus. Ey, der da ist okay. Ich finde den da ultra geil. Jetzt. Bam. Bam, 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 bam. Die ist weg, Digga. Nein. Platz fünf. Danke an jeden, der das Video durchgeguckt hat. Bis zum Ende. Schreibt gerne in die Kommentar. Lasst einen Daumen nach oben da. Ein Abo. Ich bin für jeden dankbar. Und teilt auch sehr gerne das Video. Schreibt eure Kritik unten in die Kommentare. Danke und ciao. Ciao.